Was heißt das? Das kannst du laut sagen! Gut. Und Raven! Bist du dir sicher, dass wir hier arbeiten? Okay, okay. Kämpfe mit mir! Für die Evolution! Indem du den Meteorik zerstörst! Mit Lasern! Wie wir das besprochen haben! Weg mit den Höhlen im Krater! Gute Arbeit! Platziere die Laser! Oh, Dennis ist wirklich eine Influgation! Kommandant! Holen wir diese Laser! Geh zurück zum Krater! Vergiss nicht die Korrosion! Nicht die keiner! Sprecher Us Jezu' Geiste 1 Inhalte Okay. Die Laser heißen auf. Bereite die Verteidigung vor. Die Laser heißen auf. 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 Die Laser heißen auf.